so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge let's play trans ocean 2 wir müssen mal gucken dass unsere saskia wo ist das tier das tier ist ja wo bist du bei boha war nach dieser drüben irgendwo da das hier dass wir die mache parieren so ein schuss angelegt wir sind angekommen genau da haben wir wollen richtung alger auf dem weg können in valencia halten banken nein nix zu danken teuer im sonn petersburg ach ja hier wie die mega millionen gemacht das ist das wahnsinn richtung hamburg und richtung bergen weiter zweieinhalb million oder ein bisschen besser ablegen das sind so millionen beträge wir müssen richtung new york new york halifax lief der new york krevet liegt auch in der new york haben wir auch alles bringt kein geld fahren wir richtung fädigstufe ich bin doof ich bin auftrag nicht an alles schriftlos geschickt nein sehr gut weiß nicht wie ich angeklickt habe ja genau hier richtung new york bitte danke so 18 millionen hamburg richtung fädigstufe haben wir da noch irgendwas die hafre können wir mitnehmen danach und sind über valencia vielleicht noch mal ja tanken das ist egal wir kriegen ja so viel kohle warte 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 habe ich schon ja habe ich schon ich glaube ich habe da ja jetzt haben wir das war unser schiff was da so ein bisschen was wir so ein bisschen was ich so ein bisschen verplant habe wir können hier richtung mombasa mombasa das sind zu Zeiten hier das schaffen wir alles bei der Zeit nicht ganz viele aufträge hier unten mombasa mombasa 2 gemachten wir und hier ein bisschen richtung de havre hier nochmal mit 140 150 jetzt kommen die millionen jetzt geht halt ab hier valencia müssen wir hin also wenn ich das wieder sehe st petersburg hier was das für summen sind parzay das liegt auch dahinter jibble ali liegt dahinter können wir auch noch mitnehmen ich brauche noch gleich tun das sind jetzt die summen hier so müssen langsamer saskier reparieren wir fahren noch richtung helifax das wenn ich den hier lasse kriegt dafür noch was ne das ist zu klein so richtung alge ja das sind ich sag jetzt nix alge und dann haben wir noch zeit geht was können wir denn hinfahren fahren wir hierin das macht da genau in alge angekommen fahren wir in richtung amri irgendwas da die mit unser riesen kreuz auch darum erstmal okay und hier ne herr die felix von richtung quillbeck erstmal nur quillbeck weil da können wir reparieren so wir sind angekommen auf unserer weiten route hier santos sydney wir können das sind näher rum so money jubel al 10,5 millionen pro tag zu 100.000 euro hier wollen wir nicht es muss ja nicht sein da haben wir viel zeit jitter haben wir auch viel zeit sonst machen wir das und fangen nach nach jitter rum 3,4 millionen genau jetzt müssen wir mal reparieren hier schiffchen hier ja leider ist jetzt sauer apfel ne 13 millionen hier schönes ding ähm port said oder jubel ali irgendwie in die richtung da unten haben wir dafür zeit ja irgendwie können wir noch 9 millionen für die damen nehmen oder gibt es irgendwo mehr bergen hier auch 20 millionen können wir mitnehmen aber wir im drunten auftrag also nehmen wir am ried hier zu ende und dann können wir so mega schiff kaufen wieder so wie sie sind in am bari irgendwas hier steht genau wie immer aber erstmal richtung und deshalb hoch so dass wir uns dann sind das ist das das ist das Da hoch. So, wir sind in Odessa angekommen. So. Ab nach Jida. Weiter nach Salat, genau. So, genau. Wir müssen nach Port Said gleich. Und den Triple Ali. Port Said. Und dann fangen wir erstmal nach Port Said runter. 177 Millionen, ey. Das sind... Ah, Santos. Okay, nur einmal, okay. 4,2 Millionen, Dribble Ali, jetzt nach Jida. Genau darum. Dann kommen wir an Salat vorbei. Oder... Oder... Ich kriege dafür 1,5... Tank. Ja. 15,1. 194 Millionen, das können wir jetzt gleich so einen Megatanker kaufen. Bam. So, Dribble Ali. Dribble Ali. Ach, Flip, unser Riesenschiff ist das hier. Ähm, wir müssen nach Dribble Ali... Was, wir sind hier? Ne, wir sind da. Nach Dribble Ali, da fahren wir an... Dribble Ali, da fahren wir an... 36 Millionen. 36 Millionen. Fangen wir auch an Salat vorbei. Salat. Jida. So, muss man gucken, ob ich jetzt das Schiff kaufen kann, ich kann nie wieder so einen Megatanker. Das kostet der Größte. 202 Millionen für 2 Millionen Barrel. 233 Millionen. Den können wir fast kaufen, ich würde sagen, nämlich hier den fast kannst du hier, den für 233 bald. In 10 Tagen könnten wir schaffen. Zollkontrolle, eines ihrer Schiffe wird aufgehalten. Ich hoffe nicht, unser... Steht jetzt auch nirgends, ne? Gucken wir nach Jida, wollen wir hier weiter... An Jida, die Richtung vom Hafen, Lissabon, Port Said, Colombo nicht, ne. Ja, das Schiff ist nicht ganz ausgelastet hier unten. Guck mal, wie viel es hier zu fahren gibt, hier. Richtung Buenos Aires. Nehmen wir erstmal den, 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 den. Dann sind wir, ja, voll. So, Richtung Salah. Dann erstmal den hier tanken. Danach können, nachschafferzeitlich nicht. Nehmen wir den mit hier. Eines ihrer Schiffe ist fertig repariert. In Quebec. Ja, das ist alles sinnfrei. Alles absolut sinnfrei. Dann müssen wir unser fertiges Schiff... ... jetzt mal nach Halifax. Mit Lea. Mit Lea. Ja, danke schön. War bestimmt mal ein Megafrachter, den sie aufgehalten haben. Ja, geil. Die haben echt Flipper aufgehalten, ey. Ähm. Richtung Salah. Salah war vorher, ja. Och, das pisst mich jetzt so ein bisschen an, hier. Salah und der Jirbel Ali. Den können wir auch gleich noch einen mitnehmen, hier. Wenn wir eh schon konventionelle Strafen kriegen. Mist, ey. Die scheiß Kontrollen, ey. Fuck, was ist denn, ne? Hören wir die mit. Podsaid. Lohnt sich, glaube ich, trotzdem. Ja. Kleine, kleine Strafe. So, Halifax, so. Genau. Querberg. Oh, nur ein. Oh. Okay. Ja, ist das kleine Schiff, das ist ein Verrücktes Zeichen. Chiotaoro. So, weiter geht's. Schnell, zack, zack. Buenos Aires, kann ich die ganze Zeit hier um hin und her schippern, oder was? Buenos Aires. So, wir sind hier oben an Querberg angekommen. Das starten hier so ein bisschen an. Wir können auch noch Japan. 28 Tage unterwegs. Ach, wir fahren über Halifax Richtung New York. Die Antonia. So. Mombasa. Mombasa. Mombasa war genau da unten. Mombasa. Mombasa. Falsche Richtung. Können wir Mombasa. Genau. 12,7 Millionen. Kleine Konventionalstrafe von 2 Millionen. Ja, toll. Gegen dem scheiß Streik. Oh, in Asien West. Asien West. Hier, können wir was kaufen. Ähm. Raffinerie ist hier, ne? So, ich stelle, ähm, Raffinerie. Genau. Oh. 40 Prozent an allen Betankung. Ich glaube, das ist, kann ganz schön. Abgehen hier, Betankung. Weil jeder muss tanken. Da, klang, klang, klang. So, Jirbel Ali. Oh, ja. Ich weiß. Mein Flipper. Das wird teuer. Das wird teuer. Danken. Greenhorn. Wir müssen Richtung Lissabon. Lissabon, Lissabon, Lissabon. Richtung New York wollen wir. 236 Millionen. Buenos Aires. Ach, da unten doppelt wir nur hin und her. Oder wir könnten mal... Komm mal wieder zurück hier nach Europa. Quebeck hier. 11 Millionen. 37,6 Millionen. Nur eine Million Konventionalsstrafe von 37 Millionen. Oh, guckt euch das an. Müsst ihr nicht hier gucken. 6 Millionen. 5. Salah liegt da. Habe ich Terminfracht? Die zuerst brauche ich nur einen Tag hin, dann könnte ich noch mal da... Ne. Columbo. Falsche Ecke. Egal. Brauchen wir das dann auch rüber. Und jetzt kaufen wir uns hier so einen Megatanker hier. Wir haben Kohle, wir haben 72 Millionen. Kaufen wir uns den größten Tanker, den wir kriegen können. Das ist nicht der größte. Das ist der größere. Das bleibt mal 5 Millionen. Wie sieht es hier aus? So, das war es nochmal schön mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.